So, auf der anderen Seite war der auch noch, ne? Wo ist die? Ja, dahin. Das ist... Landetarion. Gibt's auch in Hamburgs. So, jetzt sind wir da noch. So, gucken wir mal, was hier drin erlobt ist. Was geht hier ab? Ja, hier ist ein Wasserspender. Sehr schön, hier ist ein Wasserspender. Drei von fünf. Ähm, noch was? Wasser, Wasser, Spender? Nö, aber andersrum. Wasserspender ist auch schon mal gut. So, was haben wir noch? No, 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 no. Mach mal hier, no, 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 no. Mach mal hier ein bisschen drum, 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 drum. So heißt die 80er darstellen? Okay? Gute Idee. Aber gut genug. Nicht gut genug, wenn die Dinger zu sind, dann kann man auch hier rein, ne, würde ich sagen, so würde ich sagen. So, ach, wir sind dann hier wieder zu gehen. da wollte ich ja eigentlich hier ist ich glaube wir wollten auch schon mal hin da ging irgendwann der hat eine fähigkeit noch nicht damit mehr was wollte ich jetzt eigentlich noch machen ich wollte eigentlich auf dieses gebäude ich glaube ich nenne ein polizei angelegenheit ich sehe mich da hochkomme das auto kann hier oben stehen bleiben So, komm ich hier hoch Ich komm hier hoch, ich seh schon Hoch, hoch, hoch Hoch, sag ich Hier rum Ich glaub, hier war ich schon mal Irgendwie kommt mir das so bekannt vor Vielleicht waren wir hier schon Ja, wir waren hier schon Wir waren hier schon, aber wir kamen nicht weiter So war das Weil wir damals den Raumfahrer nicht hatten Teleport Und Teleport ist Wollen teleportieren wir uns Wir teleportieren uns Hoch Genial, Disco-König Genial, genial, okay, das hat sich jetzt schon mal gelungen Äh, Disco-König Aber Ich bin ja immer noch nicht auf die andere Seite gekommen, ne? Der wollte ich doch eigentlich mal So, wir haben den Farbmischer Rosa, brauche ich ja nicht So, wie komme ich denn auf der anderen Seite hoch? Ist das vielleicht auch so, dass auf der anderen Seite der anderen Seite, also hier Auch eine Möglichkeit ist hoch Auch eine Möglichkeit ist hoch Fast Zeit für die Arbeit So mal Na, sieht nicht so aus Vielleicht doch Doch da Ich glaube, da waren wir schon so hochgegangen Dann kommen wir nämlich auf der anderen Seite Ja, dann haben wir das Gut, dann machen wir das anders So, ähm Vielleicht ein Cent Das ist ein Notfall Das sowieso So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen uns ab, wenn wir die Papalabu treffen Ja, das haben wir im vorletzten Teil, äh, wann weiß ich gleich für'n Teil Jetzt ist es angegriffen, aber wir sehen die alles ausgebildet nicht Typisch! Mann, das ist so... Troddelhaft Gut, äh, Spannlinien fahren ist auch cool Äh, soo Vielleicht finde ich ja noch was, was ich machen muss Und dann sollte, dürfte, müsste, könnte, sollte, dürfte, dürfte Warte mal Äh, welche... Hoppala... Welches Farbe ist überhaupt nicht? Grün Gut Wir machen noch ein paar anderes Zwischenstopp Und zwar Weil wenn wir schon grün haben Diese Bäume da Und man fangt die schlau Das ist öllisch Das ist klar Das sehe ich ja jedes Mal Immer und immer wieder Ja Im Augenblick Dann noch hier auch noch Ja Ja, die kann ich bestimmt was zerstören Um dann hoch zu kommen Ja Zack Und hoch Und hoch Und hoch Und hoch Und Stinker wieder einsetzen Stinker, 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 Stinker Stinker, danke Stinker einsetzen Und auch die anderen Ich glaube, ich hoffe, dass das klappt Sehr schön Und dann 9 von 17 So, wo ist mein Auto? Meine Autoachter Ich wollte schon sagen, meine Auto ist weg So, Rückwärtsgang Und Attacke Direkt halt fast am, äh Am Start Am Start Ja Oder waren die vier blauen, äh Vier blauen Männer So Und hier Das meine ich Schaut euch das doch mal an Das ist ein weißer Baum Einer von drei Zwei von drei Zwei von drei Hier hinten ist der dritte von drei Zwei von drei So Haben wir das auch erledigt Ja Ja So Das ist Dann Dort Gut Gute Sachen 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 Nein, die braucht nicht Ich glaub dein Auto nicht Unruhestifter Phil Ähm Kann man alle Kann man alle nachher noch kaufen Und jetzt geht's erstmal wieder rum Erstmal wieder zurück Ja Ist zwar kompliziert Aber andersrum überlegt mal Wir haben die Farbe jetzt gerade Und Warum sollten wir da nicht kurz einen Umweg machen Und kurz die Bäume lackieren Obwohl Wer lackiert und Himmels will Bäume Gibt ja in einigen Zeichenträg Auch Sachen So Kann es ja mal die Bäume alle rot malen Wird sich wieder sagen Hä Warum So Ich will jetzt noch mal mal packen Ja Einfach nicht erwischen Ähm Ich will noch mal hier packen Mal gucken ob hier irgendwo noch packen kann Weil wir waren Wir waren ja schon mal hier Da hatten wir glaub ich noch nicht alles Zum Beispiel das hier drauf jetzt So McCain Okay Können wir mal gleich hier auch noch Höchstwahrscheinlich Das sind Elgin Elgin's jagen Elgin's jagen Elgin's jagen Oder Oder Elgin Hallo Elgin Hä Okay Ich krieg weg Das wird ja nicht allzu schwer sein Zack Unerlin' gefasst Ähm Ich muss ein paar Banados bevor Wenig zu seinem Treffen mit Rex aufrichten Ja Äh Oh Oh Okay Aber andersrum doch vielleicht schon Ein Jönchen Ne leider nicht Schade 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 فس so steht mein auto noch da was soll es ist da ist hier jawohl Machen wir. Hoho! Schön. Ja, den brauchen wir. So, unacken müssen. Vielleicht hilft das auch später noch. Hallo, ich bin doch nur auch ein Autor. Ich muss zu einem Arzt. Ja, ich bin der Arzt. Ich muss zu einem Rundfall. Okay, Autor ziehe einen Rundfall. Ich muss zu vermeiden. Aber egal. Ich bin nicht okay. Ihr wisst doch, wer ich bin. Ich fand echt den in die andere Richtung. Wow. So nicht, meine Freundin. Das wurde ein bisschen neu bei sich. Ich bin den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Ich bin den ganzen Weg wieder zurück. Ja, nein. Ich war mal nochmal hier vorbei. Das macht ja nichts. Das ist ja ein Altiges. Auch nicht. Aber ich glaube, man könnte mal gucken. Ja, die haben wir nicht auch gemacht. Ja, genau. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Hohohohoho. So, mein Himmel süß. Ich hab sie gar nicht gesehen. Oh shit. Komm, komm. So, vier lang. Das Ding hat auch keinen Düsenhaft. Super. Die Leute verfolgen mich. Das ist schon mal toll. Ja, ist recht, weil die dann immer so kurz davor umzudrehen. Also, weil ich ja so schön weit außen fahre. Mit dem. So, und hier. Braum. Und nochmal braum. Schöp. Woah, 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 woah. Ich tu ja niemandem was. Ich tu ja eh niemandem was. Ich muss ihn bitte um den Müllzweck hin. Paralyze 10. Woah. Der hat mich gewischt haben. Ähm. Ich glaub es ist ein Krughafen. Es sieht starker Krughafen aus. Alle Lust auf den Preisen. Sack. Und hier. Ich hab was gesehen. Ein riesen großer Fehler von mir. Das habe ich erst gemerkt, als ich das Ding geschnitten und alles gehabt hatte. Es ist total bescheuert. Aber so ist das. Ich hab's ja an. Ich hab mir jetzt einís gemacht. Ich hab einen Scannen gemacht. Ich hab's ja an. Wir haben so ein Scann gemacht. Wir werden so ein Scannen gemacht. Von wegen ein Sprüchchen und sonst was. Auch. Das ist in Ordnung. Weiter-Vorgang. So. Nächstes Auto. Nicht-nächstes. Nicht das Auto. Nein, was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Elgentsjagen bestimmt. welchen jahren ist auch keine musik bin ich auch eigentlich muss sie am hr flughafen zu flughafen musik sagt okay blau war also wenn das elgen jetzt nicht allzu weit weg ist da ist alles möglich leute überrennen leute überrennen wäre glaube ich nicht das praktischste hier war das ja gar nicht da wollte ich noch mal heute nämlich kein auto wenn man einmal nicht darauf achtet wenn man einmal im leben nicht erwartet obwohl ich habe in diesem letzten tausend mal auf alles wirklich geachtet ja diskussion leider bin ich hier nichts und ich bin ich bin ich bin so und jetzt bin ich da gerne auch so das war hier nämlich das problem bei dem hier das eigentlich ist relativ simpel ich völlig komplizierter weg außen und nein es ist nicht kompliziert ja ich wollte schon gerade sagen eigentlich müsste das noch weg sein so und wenn man jetzt drauf achtet wo es eigentlich ist total bescheuert und wissen ich bin nach links gegangen total bescheuert außen rumgelaufen nein innen lang immer innen lang weil da hinten ist es werden wir wollten ich wollte außen rumlaufen aber unbewusst wollten also eigentlich wollte ich ja wirklich schnell da hin und habe gedacht das ist der kürzeste die hier lang ohne probleme ohne auto und so können wir die jetzt auch ihr ding festmachen ein polizist auf ihn ja ist klar wow damit wäre mein tag genial das haben wir auch nicht gewusst bestechen lässt du dich nicht zufällig aber schicke sache wir können ja auch abschieben jetzt nicht mein tag heute du kriegst mich nie halt oder ich laufe dir weiter hinterher nicht aufgeben ist ja kein begriff oder also kann ich nicht so pass nach 5 und 5 aber noch nicht gewusst wir können mit rex aufwicht leute fesseln sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön so und dann gehen wir jetzt mal weiter so ja ich denke wir sind so extrem weg von dem wo wir hier hinbekommen und eigentlich wollte ich ja zur polizei entscheidet er nicht entscheidet er echt wir fahren jetzt erstmal zur finie so das wird jetzt nicht obwohl das haben wir doch schon aber das so und nicht aussteigen sondern Turbo den Turbo anziehen aber ich denke mal auch dass wir hier mit äh relativ gut fahren können so wo muss ich hin so und ich denke mal dass ich dann die Hier. Ja. So. Hallo Chase. Winnie hat mir verklickert, dass du jetzt ganz hoch bei ihm im Kurs stehst. Keine Sorge, ich bin nicht eifersüchtig. Ist er da? Er sagte, er wollte sich mit irgendeinem Privatkäufer treffen. Ja, um ehrlich zu sein, bin ich ein wenig besorgt. Der Typ, mit dem er sich trifft, war mal die Nummer in der Stadt, bevor sie ihn eingebuchtet haben. Jetzt, wo er raus ist, hoffe ich, dass er Winnie nicht aus dem Weg räumen will. Soll ich nachsehen, ob bei Winnie alles okay ist? Wenn Winnie rausfindet, dass ich jemanden geschickt habe, wird er stinksauer. Hmm. Er darf's also nicht erfahren. Ich weiß nur, dass sie sich draußen in Paradise Sands treffen wollten. Such dir einfach eine erhöhte Position, dann entdeckst du sie vielleicht. Gut. Danke, Moe. Nein, ich hab zu danken. Sehr schön. Das machen wir als nächstes. Wenn jetzt keinen Anruf reinkommt, danke. Das machen wir als nächstes. Nämlich schaltet ein nächstes Mal wieder bei Lego City Undercover. Bis zum nächsten Mal und tschüss.